Hallo und willkommen zu Watchmaxes Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst. Heute möchte ich im Groben über zwei Themen sprechen, die relativ unterschiedlich sind und trotzdem miteinander zu tun haben. Zum einen soll es gehen um die Auswirkungen von Covid-19 und der Pandemie auf die Uhrenindustrie. Und zum anderen möchte ich einen Ausblick geben auf vier Uhren, die entweder vor sehr kurzem erschienen sind oder aber deren Erscheinung, deren Release vor kurzem bekannt gegeben wurde. Alles vier Uhren, die ich persönlich extrem interessant finde, die mich ziemlich triggern und darüber möchte ich kurz mit euch sprechen. Fangen wir mit den Auswirkungen für die Uhrenindustrie an. Hier finde ich zwei Aspekte sehr interessant und habe da auch in den letzten Tagen etwas drüber nachgedacht. Das ist zum einen die Nachfrage und zum anderen der Produktionsprozess. Und ich denke, auf beides hatte die Pandemie in den letzten zwei Jahren einen nachhaltigen Einfluss. Bei der Nachfrage glaube ich, und ich finde, das hat sich auch in Gesprächen mit Uhrenherstellern bestätigt, mit denen ich in den letzten zwei Jahren gesprochen habe, die Nachfrage ist gestiegen. Es wurde weniger Urlaub gemacht, es wurde weniger ins Ausland gefahren, es wurde aber auch weniger im Inland Urlaub gemacht. Es wurde weniger Essen gegangen, Kinos hatten zu, insgesamt wurden die kulturellen Ereignisse heruntergefahren, es wurde weniger auf Konzerte gegangen. Alles das sind Ausgaben, die in den letzten zwei Jahren nicht getätigt wurden. Und viele haben dieses Geld nicht unters Kopfkissen getan oder zur Bank gebracht, sondern haben versucht, das negative Gefühl, was dadurch entstanden ist, über einen Konsum auf einer anderen Ebene zu kompensieren. Und da man nun mal nur bis zu einer bestimmten Menge essen und trinken kann, ich zugegebenermaßen kann da relativ viel essen und trinken, aber selbst ich habe ein Limit, ist ein Teil dieses in Anführungsstrichen freigewordenen Geldes in Luxuskonsum gegangen, auch in Uhren, Schmuck oder andere Sachen. Man sieht es auch daran, dass zum Teil die Wohnungen renoviert wurden, dass Kühlschränke, Fernseher gekauft wurden. Eine ganze Menge Ausgaben, die man vielleicht lange vor sich hergeschoben hat, weil sie notwendig waren, wurden abgehakt und erledigt. Und wenn dann noch Geld übrig war, ist es tatsächlich in persönlichen Luxus gegangen, beziehungsweise der ein oder andere hat sich auch Wünsche erfüllt, die vielleicht bei den normal üblichen regelmäßigen Ausgaben für Kultur und Urlaub und ähnliche Sachen nicht möglich gewesen wären. Und hier zeigt sich auch in der Uhrenindustrie, dass dieses freigewordene Geld, diese zusätzliche Nachfrage wirksam geworden ist und die Uhrenhersteller zumindest in der Theorie deutlich mehr Uhren absetzen konnten. Blöderweise laufen die Auswirkungen auf den Produktionsprozess genau in die andere Richtung. Der erhöhten Nachfrage durch mehr freies Geld treten Probleme in der Produktion gegenüber. Wenn man sich einmal überlegt, dass der kleinste fehlende Baustein einer Uhr dazu führt, dass die Uhr nicht an den Endkunden ausgeliefert werden kann, dann sieht man, dass man gar nicht so wahnsinnig viel Sand im Getriebe braucht, um die Auslieferung der Uhr an den Kunden zu verzögern oder vielleicht sogar unmöglich zu machen. Wenn es sich jetzt hierbei nur um die Verpackung handelt, die Box oder vielleicht ein besonders gedrucktes Zertifikat aus einer Druckerei, was einen Schmuckdruck hat, dann kann man natürlich sagen, okay, ich fahre hier meine Ansprüche zurück und liefere die Uhr schlichter aus, in einer einfacheren Verpackung ohne mein schmuckes Zertifikat. Aber viele Hersteller wollen das nicht, wollen genau ihren Standard halten, auch wenn das bedeutet, dass es eben nur zeitlich verzögert geht. Das sind aber schon Sachen, die sich ersetzen lassen. Es gibt aber auch Sachen, die sich eben nicht ersetzen lassen. Größtes Teil ist das Uhrwerk, aber auch so in Anführungsstrichen Kleinigkeiten, wie eine bestimmte lasergravierte Dornschließe, die Superluminova-Leuchtmasse auf den Zeigern, die Zeiger selber, die Indizes, die auf das Ziffernblatt appliziert werden, die Ziffernblätter. Eine ganze Menge kleine Sachen, von denen jedes einzelne, wenn es denn nicht oder verspätet kommt, dazu führt, dass die Uhr eben verspätet ausgeliefert wird. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, die Hersteller werden schon ausreichend Sachen in ihrem Lager haben. Das ist aber gar nicht unbedingt die Regel. Wenn man sich einmal vorstellt, dass für 100 Uhren pro 100 Uhren Kapitaleinsatz zur Produktion ein Lager im Einkaufswert von 10.000 Euro benötigt wird, dann kann man sich das einmal hochrechnen. Es werden pro Uhren nicht nur Produktionskosten von 100 Euro fällig, sondern von mehr. Und bei vielen Herstellern ist die Mindestabnahmemenge nicht 100 Teile, sondern 2, 3 oder 500 Teile. Und dementsprechend vervielfacht sich der Kapitaleinsatz, der dann in Einzelteilen gebunden im Lager liegt und geht locker in einen sechsstelligen Bereich, wenn man sich das denn wirklich auf Halde legen möchte und nicht erst dann bestellt, wenn man es wirklich braucht, weil man eine neue Serie bringt oder weil man absehbar viele Bestellungen hat. Für sehr große Hersteller mag das vielleicht kein Problem sein. Zum einen, weil sie sowieso größere Mengen abnehmen können und auch größere Mengenrabatte bekommen. Aber gerade für kleinere Hersteller ist das ein riesiges Problem, weil sie zum einen nicht die Mengenrabatte bekommen. Das heißt, der Kapitaleinsatz proportional zur Abnahmemenge höher ist als bei Großbestellern. Und zum anderen ist bei kleineren Herstellern, insbesondere bei jungen Marken, gegebenenfalls die Kapitaldicke noch nicht so groß, dass ich es mir leisten kann, Kapital in einem Warenlager zu binden in der Größenordnung von 100, 200, 300 oder 400.000 Euro. Ich habe mit vielen Herstellern gesprochen und ich kann aus diesen Gesprächen ohne Namen zu nennen, weil die Gespräche waren vertraulich oder informell, insofern möchte ich hier keinen Namen nennen. Aber ich weiß positiv aus Gesprächen mit Herstellern, dass einige Hersteller im Augenblick auf einzelne Ziffernblätter beziehungsweise auch auf Zeiger Wartezeiten von bis zu drei Monaten haben. Ich weiß, dass bei einigen Herstellern Corona-Erkrankungen im Betrieb, bei ihnen selber oder bei Mitarbeitern oder engen Familienmitgliedern dazu geführt haben, dass die Produktion unterbrochen oder stark verzögert war. Viele haben das nicht nach außen getragen, weil sie die Befürchtung hatten, wenn sie sagen, wir haben bei uns im Betrieb Corona, es dauert alles etwas länger, dass dann die Bestellungen zurückgehen und selbst wenn sie verzögert ausliefern, die Marken leben ausschließlich davon, dass sie Uhren verkaufen und Service liefern. Das heißt, auch wenn die Uhren verspätet ausgeliefert werden, sind die regelmäßig eingehenden Bestellungen essentiell zum Überleben dieser Firmen. Für die Kunden bedeutet das natürlich, sie sehen nur, dass die Uhren länger brauchen als sonst, ohne die Hintergründe zu kennen. Und deshalb ist das hier mein Versuch für diese Hersteller, in dieser aktuellen Situation mal eine Lanze zu brechen. Denn ich weiß, dass alle extrem hart arbeiten, um ihre Uhren und ihren Service in gewohnter Weise liefern zu können, aber bei ganz, ganz vielen Sachen wirklich an ihre Grenzen stoßen. Es ist sogar so, und auch das ist eine Information, die ich aus Gesprächen mitgezogen habe, dass es Hersteller gibt, die einzelne Bauteile gar nicht mehr direkt bekommen von den Herstellern und Zulieferern, weil es dort Lieferengpässe gibt. Sie bekommen diese Teile nur über Umwege und über Beziehungen. Ich habe dann auch nachgefragt, naja, ihr habt doch bestimmt mehrere Zulieferer und fahrt da mehrgleisig, damit wenn einer ausfällt, der andere einspringen kann. Und das ist gar nicht so, da habe ich mich auch sehr vertan. Je mehr Hersteller man hat, umso mehr Produktionsvarianzen hat man unter den einzelnen Herstellern. Und umso unterschiedlicher können dann die einzelnen Uhren in Nuancen aussehen. Und Ziel ist es, dass jede Uhr genau gleich ist, in Farbgebung, in Formgebung und Qualität. Und aus diesem Grunde gehen viele Hersteller dazu über, nicht mehrgleisig zu fahren bei der Lieferung von Einzelteilen, sondern sich auf einen Zulieferer festzulegen, der in einer gleichbleibenden Menge, in einem gleichbleibenden Design und in einer gleichbleibenden Qualität und Quantität liefern kann. Und wenn dieser Hersteller dann ausfällt, bedeutet das natürlich ein riesengroßes Problem, wenn man nicht ein entsprechend großes Lager hat. Und hier komme ich wieder auf die Kapitalbindung bei kleineren Firmen zurück. Ich hoffe, das hat ein kleines bisschen einen anderen Blick auf die Situation gebracht und gezeigt, womit die Hersteller aktuell kämpfen und wie gut wir es haben, wenn wir unsere Uhren trotzdem relativ zeitnah, fehlerfrei und in guter Qualität bekommen. Ich finde das klasse. Und ich habe da eine ganze Menge Verständnis für alle Hersteller, die in dieser Situation mit diesen ganzen Problemen kämpfen. Ja, zweiter Teil. Ich möchte gerne über einige Uhren sprechen, die gerade eben erschienen sind oder aber dieses Jahr noch erscheinen werden im Sinne von in den Verkauf gehen. Erschienen sind vor wenigen Tagen zwei neue Uhren von SIN und beide finde ich super gelungen. SIN hat vor einiger Zeit den EZM 13, den Tauchchronographen mit Krone und Drücker auf der linken Seite aus dem Programm genommen. Jetzt ist der EZM 13.1 gekommen. Genau dieser Tauchchronograph mit Drücker und Krone links. Allerdings sind die arabischen Ziffern auf dem Ziffernblatt verschwunden, was für mich den Look sehr viel cleaner und sehr viel aufgeräumter macht. Ich finde die Uhr fantastisch. Sie hat das Werk SZ02 mit der 60er Teilung der Stoppminute auf 6 Uhr intuitiv ablesbar. Wirklich gut. Kleine Sekunde auf 3 Uhr. Sie hat die AR-Trockenhaltetechnik, sie hat die Temperaturresistenztechnologie, sie hat einen Magnetfeldschutz bis 80.000 Ampere und sie hat die Drücker mit dem D3-System. Das heißt, sie sind dreifach abdichtend und wirklich als Taucheruhr ideal konzipiert. Durchmesser 41 mm, Bandanstoßbreite 20 mm. 15 mm hoch klingt sehr viel. Durch die Form des Gehäuses, finde ich, fällt es aber auch nicht so extrem auf. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass diese Uhr irgendwann bei mir einmal Einzug hält. Der Preis liegt bei 2.650 Euro am Ledermand beziehungsweise 2.850 Euro am Massivband. Silikonband, das ist das zweigeteilte, nicht integrierte Silikonband, liegt auch bei 2.650 Euro. Mit 2.850 Euro ist die Uhr nach meinem Kenntnisstand 230 Euro teurer geworden als der alte EZM13. Ist natürlich ein ordentlicher Schlag oben drauf. Ich finde die Uhr trotzdem noch relativ fair bepreist und könnte mir vorstellen, dass ich da wirklich irgendwann schwach werde. Bei der zweiten Uhr, die ich euch vorstellen möchte, handelt es sich ebenfalls um eine SIN und das ist die SIN 1739 AGB. Der Preis liegt bei 2.350 Euro am Lederband. Andere Bänder werden hier nicht angeboten. Und das ist natürlich schon eine Ansage für einen Dresser. Aber ich finde die Uhr nicht billig, aber für das, was man bei SIN häufig diskutiert, nahezu preiswert. Kommen wir mal zu den Details. Es handelt sich um einen Dresser mit einem blau galvanisierten Ziffernblatt mit Sonnenschliff. 39 mm Durchmesser. Das Gehäuse ist aus massivem Silber poliert und dank einer Argentium-Silberlegierung ist sie oxidationsgeschützt. Das heißt, trotz Silber läuft die Uhr nicht so schnell an. Es ist ein beidseitiges Saphirglas verbaut. Die Uhr ist wasserdicht bis 100 Meter und hat applizierte Indizes, die über den leicht erhöhten Rand hinausragen und leicht über dem Ziffernblatt zu schweben scheinen. Die Zeiger haben eine besondere Form. Es ist so eine Art Trompetenform, die sich wie ein Trompetenkelch aus der schmalen Zeigerachsenmitte trompetenförmig verbreitern auf den äußeren Rand hin zu den applizierten und polierten Indizes. Ich finde die Uhr richtig klasse. Bandanstoßbreite 20 mm. Die Gesamthöhe beträgt nur 9,1 mm und die Uhr wiegt ohne Band nur 59 Gramm. Ja, wie gesagt, über 2300 Euro ist natürlich eine echte Ansage. Aber für eine Uhr, die aus massivem Silber ist, wasserdicht, unterdrucksicher, nicht anläuft, finde ich das mehr als gerechtfertigt. Und für jemand, der auf Dresser und Dressuhren steht, klasse, wirklich super, absolut tolle Uhr. Die nächste Uhr, beziehungsweise hier handelt es sich sogar um vier Uhren, kommen von Van D'Arc. Und zwar geht es um die Van D'Arc Schallmauer Automatik. Van D'Arc ist eine relativ junge Uhrenmarke, allerdings nicht ahnungslos, denn die Jungs, die Van D'Arc machen, kommen aus der Uhrenzulieferindustrie und haben wirklich sehr viel Erfahrung. Nicht nur sie selber, sondern auch aus den jeweiligen Familien heraus. Die kennen sich richtig gut aus, wollten aber etwas Eigenständiges auf die Beine stellen und haben das mit Van D'Arc gemacht. Van D'Arc hat bisher viele Quarzuhren gebracht und jetzt kommen vier Automatikuhren, die alle auf jeweils 100 Stück limitiert sein werden. Die Uhren werden einen Durchmesser von 42,5 mm haben, Lack-to-Lack 50 mm bis 10 bar wasserdicht, eine Höhe von 14,96 mm beziehungsweise 16,3 mm inklusive der Saphir-Gläser. Das ist schon ein echtes Brett, 16,3 mm. Aber die beiden Saphir-Gläser sind gewölbt und die Hörner der Uhren sind ebenfalls leicht gewölbt, sodass sich die Uhr trotz der nominellen großen Höhe doch sehr angenehm um das Handgelenk schmiegt. Verbaut wird sein das Selita SW 510 BHA in der Elaboré-Funktion und die Uhr wird eine typische Gangreserve von 62 Stunden haben. Es wird vier Varianten geben, einmal ganz schwarz sein werden, dann wird es eine blaue Variante geben, eine Reverse Panda und eine Panda-Version mit Old Radium, Zeigern und Ziffern. Die Uhren gehen, soweit ich das im Kopf habe, ab Anfang März in die Kickstarter-Pre-Sale-Vorverkaufsphase und wenn ich es richtig im Kopf habe, beginnt die erste Charge der Uhren bei knapp unter 1.000 Euro und dann in 20er-Schritten wird die Uhr jeweils etwas teurer, bleibt aber, wenn ich es richtig im Kopf habe, insgesamt bei knapp über oder knapp unter 1.500 Euro stehen. Finde ich für eine Uhr, die so aussieht und so konzipiert ist, immer noch sehr angemessen. Das gesamte Design der Uhr erinnert mich ein kleines bisschen an die Heuerbund. Finde aber auch, dass Van Dijk hier mit den Zeigern, dem Gehäuse und auch dem Font-Typ genug Eigenständigkeit beweist, um nicht zu sagen, es handelt sich um eine Kopie. Typisch für Van Dijk, beziehungsweise mittlerweile typisch für Van Dijk, wird die rote Datumsscheibe sein. Manche mögen das sehr, andere mögen das überhaupt nicht. Es entwickelt sich aber zu einem Markenzeichen. Insofern finde ich, passt das sehr gut rein. Die letzte Uhr, über die ich heute reden möchte, ist die Fieldwatch von Circular. Cornelius Huber, der Inhaber von Circular, macht es schon seit einiger Zeit, dass er Uhren zusammen mit seinen Kunden seiner Community entwickelt. Er hat eine Grundidee, wie die Uhr aussehen könnte, was er machen möchte und hat eine Grundidee über die Spezifikationen, stellt aber dann verschiedene Varianten zur Auswahl, sodass die Kunden über die genaue Gehäuseform und gegebenenfalls auch Design-Elemente entscheiden können. So ist es auch hier geschehen. Das Ganze hat im Uhrforum begonnen und in der Woche, wo mein Podcast erscheint, werden die Abstimmungen auf der Webseite von Circular freigeschaltet, sodass man als Kunde mitbestimmen kann, wie die Uhr im Ende aussehen soll. Die Entscheidung wird fallen zwischen der Größe, irgendwas zwischen 37 und 40, 38 und 40 Millimeter. Es stehen zwei Gehäuseformen, verschiedene Ziffernblattvarianten und verschiedene Farbvarianten zur Auswahl. Allen Uhren wird gemeinsam sein, dass das Selita SW201 in Elaboré-Version verbaut ist. Die Uhr wird kein Datum haben, weil sie antimagnetische beziehungsweise magnetfeldschützende Eigenschaften haben wird, bis 80.000 Ampere. Die Uhr wird durch Kolsterisierung gehärtet bis 1200 Wickers. Kolsterisierung bis 1200 Wickers entspricht, nach meinem Kenntnis, dem Verfahren, was Sinn als Tegimentierung bezeichnet. Also keine Oberflächenhartung, sondern eine Durchhärtung der oberen Gehäuse-Materialschichten, sodass da auch nichts abblättern kann und auch nichts sich löst. Die Uhr wird eine verschraubte Krone haben, ist 100 Meter wasserdicht, gewölbtes und entspiegeltes Saphir-Glas. Und am interessantesten finde ich bei der Uhr unter anderem auch den Preis. Die Uhr soll nach meinem Kenntnisstand im September in den Vorverkauf gehen und im Vorverkauf 749 Euro kosten, später 799 Euro. In der ersten Runde wird verbaut sein, ein Stoffband, ein NATO-Band, das zählt noch nicht zu 100% fest. Im Verlauf des Jahres oder vielleicht auch Anfang nächsten Jahres wird es dann voraussichtlich auch ein Stahlband geben, welches dann ebenfalls durch Kolsterisierung gehärtet ist und damit kratzfester ist als normaler, nicht gehärteter Stahl. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon denkt, wie ihr es findet, was ihr davon haltet und freut euch auf den nächsten Podcast. Bis dahin, euer Axel. Bis dahin, euer Axel.